Ich weiß es nicht. Ja wenn du sagst ich weiß es nicht so gut, aber wenn man sagt bin mir nicht sicher, dann heißt es ja man muss irgendwas wissen. Ja. So, das war einer von drei, ne? Äh ja, ähm, der Wahl ist ja optional. Der Wahl? Der Wahl. Gib Gas, Schum! Ja. Und nicht das, was man will, richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handel nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht. Weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf. Sonst weine ich noch. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Ehrend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten. Wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet, wenig reden, viel trinken. Was wollen Sie machen, die Osserer mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich schaue mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Was machst du? Ja. Gleich. Ja. Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Flirty unterwegs. Ja. Was machen wir jetzt? Ende oder redest du mal mit dem? Wir reden noch mit dem Typen. Okay, alles klar. Wo sie nur hinlaufen. Mit dem Wahl. Dann markieren die mal. Oder? Guck mal, die Questbelohnung hat auch einen Punkt gegeben. Yeah. Das heißt? Wir haben wieder die Fertigkeitspunkte. Gut. Wir wollten das andere machen. Dabei sammeln. Mit Tierchen, weißt du? Und das ist allerdings auch ganz geil. Was denn? Kurz und lange Ausweichrollen. Nee, fuck off. Stiller Sprint. Wer braucht sowas? Stiller Sprint. Guck dir das an. Das ist voll awesome. Schnell laden. Mech. Ja komm. Auf geht's. Was ist das? Wir wollen ja alle skillen hier, ne? Ja. Wo ist er? Wird es sein können, dass ich erst mit ihm reden hätte müssen? Es hätte sein können, wie ihm sein, ja. Es hätte sein können, wie ihm sein, ja. Also. Ja. Anscheinend. Anscheinend habe ich schon mit ihm geredet. Okay. Quests ist jetzt zu Ende. Gut, ja, jetzt gibt es nämlich nur noch eine Questreihe und da gibt es jetzt noch acht Missionen. Okay. Und die nächste ist dann hier oben. Ja. So. Gut, ja, dann war's das für heute, würde ich sagen. Warte, können wir doch irgendwas Tolles tun? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich finde unseren neuen Bogen richtig geil mit diesen Pfeilen hier. Oh ja. Die alles an sich saugen. Die sind auch ziemlich cool. Die sind richtig sick. Also gerade gegen die Fliegeviecher, ich meine, die holen die einfach so vom Himmel. Ja. Ja. Ist schon sex? Gut, okay. Ah, warte, wir hatten noch so viele Kisten gekauft. Die können wir auch machen. Ah, genau. Mach die Kisten nochmal auf und dann ist gut. Oh ja. Alter, oder wir machen noch eine Viertelstunde und dann haben wir noch eine Folge. Ja, bisschen. Achso, wir sind erstmal voll. Erstmal müssen wir verkaufen. Ja, neben dir steht ein Händler. Perfekt. Worüber wolltest du reden? Du bist fremd hier, oder? Eine Abenteurerin. Bitte was? Ja, ich frühe auch mal. Ich frage mich andere, wenn du mir willst. Sie fressen. Metallblumen? Was will der? Ah. Falschen wir um diese wunderschöne Beute. Was will der schön? Was ist das? Und bitte was? Okay, also für Metallblumen bekommt man Kisten von ihm. Das sind Metallblumen. Eieie. Hier gibt's Karten von Metallblumen. Ja komm, die Karten können wir bei allem verkaufen. Damit hast du noch mehr auf der Map angezeigt. Yeah, das ist doch toll. Gut, verkaufen bitte. Dann do it. Ach, Mann. Ja. Dann sollten wir uns nochmal darum kümmern, dass wir irgendwie heute und sowas bekommen, oder was meinst du? Vollkommen richtig. So, alles was zur Munitionsherstellung und so ist, ne? Das sollten wir behalten. Ja. Also den ganzen Rest. Ja. So, Modifikationen haben wir ja nicht mehr so viele. Inderdad. Und weg damit. Und weg damit. Komm, die 80% gegen Nahkampfschutz, die können wir jetzt noch in unsere... Ja. Auf Wiedersehen. Edeln Hoch. Tschüss. Lass uns reden. Bla. Bla bla. Was wolltest du jetzt machen? Ich würde auch das hier machen. Da den Nahkampfschutz reinsetzen. Und jetzt weiter Kisten öffnen. können wir gleich noch mal direkt spüren verkaufen da war einmal warte braucht man nicht für irgendwie für upgrade konnten wir können wir jetzt gleich machen steinpaket dann steine kann ja das ist eine formel stein entfernen ja das ist nur munition so einfach hier sind wir schon voll hier ist nichts doch natürlich da kannst du machen sehr schick so das bringt ja mach mal das ist immer ein bisschen bei g deswegen meine ich halt ein anderes vielleicht ja das brauchen wir dafür was mit der unteren ich denke mal das ist einfach nur in der übersetzung falsch ok ja gut dann also genau hier müssen wir das nächste mal in der hauptseite machen haben wir noch die mit dem quest 300 meter 300 ja das sind aber noch drei stück weiss nicht du hast noch eine viertel stunde ansonsten haben wir noch eine halbe folge weißt du aufträge 200 meter sammle eine schnappmode linse warte mal warte ich will cheaten was denn ach so geht das meinst du erst mal ausprobieren jeder braucht einen farbdruck beim leben komm lass uns drücken so uah uah ich sehe ich jetzt schon aktiviert ja ich kann schon abgeben ja so nice sie sind man kann nämlich ich will nicht cheaten und da sagt einer geld macht nicht glücklich so guck wann wir die quest abgeben dann haben wir auch wieder ein level up so jetzt gehts wieder mit dem fahrschuhl runter lass mich raten wir müssen erstmal 3000 jahre warten bis er hier ist vermutlich schnauze hier rufen wir den auszug ach man der braucht immer so lange naja iniziator das hat ein bisschen weg ich kann nur ab sein Mensch ist klar da kommt d je jahre wieder runter wie E und das erinnert mich von einem Video das ist das Video auf dem Handy mehr wo er e Prozent Mensch schien der Karten soll es draußen Maschinen jagen mich herumlaufen Dankeschön. Wett? Mies. So was musst du jetzt machen? Du hast es noch nicht mehr XP bekommen, oder? Wow. Doch, jetzt. Wow. Wow, jetzt fehlt dir jetzt echt ein XP, oder wie? Ah ne, wollte ich schon sagen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Egal, warum muss ich denn? Einfälligkeitspunkt kann ich eh nichts machen. Da, da und da. Fangen wir nochmal da an. Ja. Und ich würde sagen, einen... So, machen wir nur den einen. Wasser? Ja. Ja. Ich muss schon. Yeah. Das bringt doch Spaß. Ja. Und da rüber. Und da hoch. Oder? Ne, anscheinlich. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Alter, wie viel Stuff hier ist, ja? Ja, aber fast alles nur Bäume. Und Pflanzen. Ja, aber die gelben Pflanzen... Ja, die können wir mitnehmen. Ja. Alter, ich schlafe gleich, Alter. Ich habe gleich beim Motoren fahren, musst du wieder wach. Bisschein! Ah, fährst du mich rum? Ja, klar. Nice. Ja, dann kannst du mich bei Rewe russetzen. Okay. Das ist natürlich nice. Wir müssen leider noch die Folgen rüberziehen. Mhm. Komm schon. Boah, ist jetzt das geht. Ich wollte es. Naja, gerade eben hat er die Festplattform nicht mehr gekannt. Ja, das tickt dann. Eins von beiden wird schon gehen. Das hat ihn gerade gekillt. Ja, hab ich gekillt. Brauchst du noch mal wieder Fänger? Wie er einfach da vorbei rennt. Der Rammer. Alles klar. Wenn der mich trifft, nein? Unten bleiben. Unten bleiben, Junge. So. Ich glaube, der ist down. Die sind ja easy. Naja. Dann mal weiter. Hundert Meter ist ja ganz entspannt. Ja. Dann haben wir aber heute auch viel geschafft, ey. In der Tat. Viere eineinhalb Stunden, Alter. Ja. Das ist ganz schön nice. Neun Folgen. Und vier Hauptquests, glaube ich. Ja. Die Maschine hat mich gesehen. Geh mir nicht ab. Gibt es? Blau. Schlimmer Herbst. Was müssen wir da vorne denn überhaupt machen? Keine Ahnung. Warte, bin ich auf dem Weg zu eins? Ja. Oh. Doch vielleicht ein bisschen weiterer Weg, oder? Ne. Können wir da hochklettern? Das weiß ich nicht. Ne, hier ist ein Weg. Irgendwie müssen wir da hochkommen, ne? Naja. Ja. Ich weiß nicht für was. Ja. Können wir auch ins Freibad gehen. Mir musst du das nicht sagen. Fahren wir noch Ostende, oder so? Ich kann es noch schaffen. Ja, schreib aber gleich mal in die Gruppe rein. Boah, ist nur da hinten geschossen. Freibad weg. Ich weiß nicht, weil ich bin halt auch nicht so gehypt jetzt drauf, muss ich ehrlich sagen. Senna ist es. Ja, wir haben den anderen Sperr noch gar nicht, ne? Nein. Nein. Der Fall vom Himmel. Danke. Hier musst du können, ne? Ja. Der Fall vom Himmel. Ja, du hast doch nicht nur ne Teure und Felder, alter. Ja, da kannst du den Step hin. Was machen die Fallen eigentlich eigentlich? Warum fällt der nicht runter? So, 15, das war nicht soviel. Das sind ja diese, ne, da waren andere Pfeilungen. Du brauchst ein, hier. Die gehen so hart auf die Eier, ne? Und dann denk doch immer, die schwingen dann woanders hin, ne? Der ist tot. Noch einer to go. Alles klar, er brennt halt nicht. So, jetzt. Einmal nachtreten. Sehr schön. Und geschafft! So. Guck mal bitte auf die Karte. Ja, das andere ist noch hier relativ nah neben mir. Ja, der macht das noch kurz. Ey, warum ist hier noch kein Haken drin? Achso, weil hier oben noch einer ist. Echt? Achso, musst du hier noch looten, oder wie? Oh lol! Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja. Es kommt immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper. Doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Okay. Für die Weisheit, die die Karte uns nahmen. Ja. Hochinteressant. Scheiß drauf, lass das nächste Mal beim nächsten Mal machen. Ja. Ist jetzt genug. Er ist jetzt hier fett am Malen. Ich danke dir, Jägerin. Krass. Hat er aber ganz schön schnell gemalt. Er so. He, he, he. He, he. Wusch. 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 Warte, warte, warte. Komm mal kurz, wie er runter geht. Achso, du dachtest du, er geht jetzt einfach so weit? Ja, dachte ich gerade. Okay, wir müssen Lager fahren. Okay. Da ist eins. Guck so circa. Wow. Warte, hat er das jetzt noch gespeichert, oder nicht? Doch, da speichert er. Wir haben Lagerfeuer gefunden, ey. Ah, shit, ey. Ist auch ein tolles Ende. Ja, finde ich auch. Ja, hat er gespeichert. Müssen wir jetzt mal ein L noch mal speichern, oder nicht? Da gibt's Loot. Ah, und Lagerfeuer, oder? Ne. Nur Loot. Das ist so eine Metallblume. Geiler Scheiß. Sogar eine Stufe 3, Digga. Ja. Okay. Gut, Ben. Würde ich mir sagen, haut rein. Und... Ciao. Ja, ja, ich bin nicht so schnell beim Streamer. Ja, ja, ich bin nicht so schnell beim Streamer. Ja.